Seit über 15 Jahren bietet Jens Böhme mit seinem Team für private und gewerbliche Kunden kompetente Arbeiten im Bereich Schlosserei, Metallbau, Stahlbau und Schmiede an. Wir arbeiten sehr viel mit anderen Firmen zusammen, Sicherheitsfirmen, Gartenbauern, Architekten. Wir arbeiten mit viel Spaß an der ganzen Geschichte. Meine Leute sind viele Jahre bei mir und sollen auch nach vier Jahren bei mir bleiben. Was uns als kleine Firma auszeichnet, ist, dass wir das machen, wo große Firmen eigentlich sagen, wir haben keinen Bock mehr drauf. Wir machen auch viele kleinere Sachen, wir machen die Sachen, die ein bisschen komplizierter werden. Also momentan beschäftigen wir uns meistens mit der ENC90, die neue Stahlbahn- und Schweißtechnik-Norm, weil das für unseren Betrieb eigentlich die einzige Möglichkeit ist, auf Dauer zu überleben. Mein Mann hat einige Bekannte, die andere Gewerke betreiben und mit denen er auch zusammenarbeitet. Also wenn es möglich ist, macht er eigentlich alles selber, weil wir das auch ganz gut finden, wenn alles aus einer Hand kommt. Wenn das jetzt was Spezielles ist, dann hat er so ein Gartenbauer, ein Freund von uns ist Architekt und auch Tischler. Und die arbeiten schon ganz gut zusammen. Man kennt sich auch jahrelang und weiß auch, dass es dann noch funktioniert und nicht irgendwie schwierig werden könnte. Das vierköpfige Team arbeitet nach dem Motto, wir bieten Lösungen und nehmen ihre Probleme in Zahlung.